Hallo liebe Schülerinnen und Schüler des Landkreises St. Wendel. Nun bin ich ja schon seit über zwei Monaten an Bord der Internationalen Raumstation und ihr habt sicher auch mitbekommen, was wir hier oben so alles machen und erforschen. Jeden Tag umkreisen wir mit der Raumstation 16 Mal unseren Heimatplaneten Erde und dabei bin ich natürlich auch schon ein paar Mal über das Saarland geflogen und natürlich auch über unseren schönen Landkreis St. Wendel. Bei meiner letzten Botschaft an die Saarländer hatte ich mir gewünscht, dass ihr mit euren Familien meiner Mission folgt und ich freue mich über das große Interesse. Mein liebster Ort in der ISS ist die Cupola, denn sie ist unser schönstes Fenster zur Erde. Es war für mich ein ganz besonderer und auch berührender Moment, als ich zum ersten Mal aus diesem Fenster zu euch nach unten blicken durfte. Unser Planet, der nur von dieser dünnen Hülle der Atmosphäre umgeben ist, sieht super schön aus. Wir Astronauten an Bord der ISS sehen die Ozeane, die Berge, die Seen, Wüsten, dichte grüne Wälder, die Polkappen und vieles mehr. Unsere Erde ist ein wahres Wunder, was mich immer wieder neu fasziniert. Aber was wir hier oben auch sehen können, sind Wälder, die brennen, Gletscher, die nicht mehr groß sind, wie sie einstmal waren, dann abgeholzte Regenwälder, riesige Städte und große brachliegende Fläche, auf denen Bodengeschätze abgebaut werden. Wir Menschen gehen leider nicht immer gut mit unserer Heimat um und das macht mich natürlich sehr betroffen und traurig. Die Satelliten und unsere Weltraummission dienen deshalb auch dazu, Daten und Bilder zum Zustand unseres Heimatplanets zu sammeln und an die Erde zu senden. Damit können Forscher und Wissenschaftler weltweit untersuchen, wie sich die Erde und unser Klima verändern. So wissen wir ziemlich genau, wie es der Erde geht und das ist momentan leider nicht so optimal. Wir alle müssen etwas tun. Wir alle sind verantwortlich für den Erhalt unseres kleinen Planeten. Ob in Kronig, in Obertal, St. Wendel, dem Saarland, in Europa oder sonst wo auf der Erde. Und genau deshalb brauche ich eure Hilfe und möchte dich einladen zu einer speziellen Mission. Ihr geht in eine dritte, vierte, fünfte oder sechste Klasse im Landkreis St. Wendel? Dann macht mit bei unserem Wettbewerb Raumschiff Erde. Was ist euer Auftrag? Nun, schnappt euch eure Lehrerinnen und Lehrer und überlegt euch mit eurer Klasse ein Projekt, mit dem ihr zeigt, dass wirklich jeder etwas zum Schutz der Erde beitragen kann. Ich bin schon ganz gespannt auf eure guten Ideen. Ein Bodenteam in Obertal, im Landkreis St. Wendel, wird unsere Mission unterstützen. Wenn ihr euer Projekt durchgeführt habt, stellt es anderen vor. Eurer Nachbarklasse, euren Eltern, allen in der Schule, den Menschen in eurem Dorf, den Politikern in der Gemeinde oder der Stadt. Euch fällt bestimmt etwas ein. Jeder soll mitbekommen, um was es geht und was euch wichtig ist zum Schutz unseres Planeten. Deshalb beachtet bitte, dass ganz viele Menschen von eurer Idee erfahren, dass ihr sie in die Welt tragt, denn aus vielen kleinen Ideen kann etwas ganz Großes entstehen und zusammen können wir viel erreichen. Es ist unsere gemeinsame Mission, das Raumschiff Erde zu schützen. Wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, schaue ich mir die besten Projekte an und bei meiner Willkommensparty am Bostalzsee gibt es im Sommer nicht nur Urkunden, sondern natürlich auch coole Preise. Ich freue mich auf eure Taten und ich freue mich auch darauf, euch zu treffen. Ganz liebe Grüße von hier oben, euer Astronaut Matthias. Ich freue mich auch darauf, euch zu treffen.